Erinnert mich bitte daran, wenn nochmal ein Crash Bandicoot-Spiel rauskommt, dass ich es nicht spiele. Was? R2 oder Dreieck für die Phasen verschiebt. Okay, das ist cool. Achso, warte. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Warum hielt ich das für eine gute Idee? Leute, wir sind weiter als jemals zuvor. Das war gemein. Leute, ich bin weitergekommen. Ich bin weitergekommen. Ich laufe einfach dran vorbei. Ich laufe einfach an der Planke vorbei. Das ist eine gute Idee. Egaal. Fuck yeah! Nein, so nicht! Ja, Mann! Der Vater sitzt am Bett seines Sohnes und liest ein Märchen vor. Du, Papi, hinterbricht ihn der Sprössling. Würdest du dir etwas ausmachen, leiser zu lesen? Ich möchte schlafen. Oh, come on, ey, wo ist das denn so schwer? So schwer, denn wärst du ein Bär. Dann wäre das alles... Kein Teer. Tradesches Dingsbumsen. Warum wollen die alle ihre Riesendinger in mich reinstecken? Ach, das sind gar keine... Wie ich ihm ins Gesicht gesprungen bin. I love it. Bernd, das Brot hat eine Demo. Es gibt Anti-Demos dazu. Ja. Von... Jeremain Demcrancant. Schade. Achso, hier brauche ich einen Coach. Ach, scheiße. Wow. Wow. Ich kann nicht mehr... Hör auf. Nein, hör du auf. Nein, hör du auf. Come on, come on. Oh, ich glaube, eine Batsche klöpfe nicht. Es ist zu spät. Es ist zu lang für ein Glitter. Sagt das mein Bruder? Sagt das mein Bruder? Tu doch doch. Ja. Dann ist er verspäden. Wenige Harten drücken. Nein. Nein. Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das wird sich gut aus. Ich kann nicht mehr. Come on, Leo. Lieber Faith. Hör auf. Kommt jemand? Ne, ja, vielleicht Hi Moment Ne Da kommt ne Wache, geh weg Warte, kann ich mir das auf den Kopf fallen lassen? Es geht Es geht Kann man den Baum fällen? Oh Ich hab Feufeu gemacht Nein Nein, hier geblieben Nein So Wir nehmen diesen Würfel So Geht doch Jetzt schütze ich ab Nein Du siehst mich nicht Siehst du, ich seh ihn nicht Weil offensichtlich ist es ja nicht alles Holy fucking shit Was ist das? Das ging schneller Das war praktisch Lass ich mir nicht bitten Nehmt mir mein Geld Nehmt mir mein Haus Meinetwegen Nehmt mir sogar meine Frau Aber Möge Gottes Blitz euch treffen Wenn ihr mir meinen Kuchen Ich hab Yoki gefunden Ich hab Yoki gefunden In männlicher Form Aber ich hab die männliche Yoki gefunden So, ich bin wieder da Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh 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 Der Assassine 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 Guck mal Ich hab dich platt gemacht Scheiße Uah Uah Okay, warte Das überfährt mich gar nicht so krass Okay, jetzt überfährt's mich krass Gieß und halt Gäste auf den Stuhl Gäste auf den Tisch Er kann tanzen auf dem Tisch Oh ja, ja 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 Ich meine, was? Und eins Und zwei Und drei Aua Hey Marcel Hey Marcel Ist Teil der Gruppe Wer hat ne Karo Hose an? Wer hat ne Karo Hose an? Scheiße So passt's, oder? Was ist denn da los? Baka 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 Senpai Senpai Akulea Bitte aufladen Uwo Warte, warum lese ich das so vor? 1000 durch 15 Das ist dein Ernst? Selbst sie würden nicht Frau Faye Sie sagen doch nicht etwa Doch Doch, genau das sage ich Doch, das tue ich Genau das sage ich Die Anklage hat einen wichtigen Punkt angesprochen, Herr Wright Wenn ihre Theorie der Untersuchung vorgerecht standhalten soll Speichern sie bitte das Spiel Weil es könnte sein, dass sie verkacken Nettes Kopftuch Ja, wenn einem den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat Wer denn? Wer denn? Äh Du dämlicher Mistkerl Nein! Nein, 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 nein Holikamoli Was sind schon drei Jahre? Mir fällt kein schlauer Spruch ein, den ich hier lesen lassen könnte Daher Happy Birthday? Quasi? Kapapels? Es soll Macchiato heißen und ja, es wird es auf dem Schulhof schwer haben Nein! Nein! Moment, es soll Macchiato heißen Moment, es ist drei Jahre Drei Jahre ist das vierte Stream Baby Das ist das vierte Stream Baby Es heißt Macchiato und es soll es auf dem Schulhof schwer haben Warum tust du ihm das anders, Jumbo? Wie, du möchtest noch mehr über die Kunst der Abwehr wissen? Äh, hat die Nein! Ah! Achso, ich muss A drücken Ich habe vergessen, A zu drücken Juhu So, und jetzt können wir einfach Wieder runterspringen, weil Warum nicht? Bin ja eben erst hochgeklettert Gar kein Problem Tasimo Nicht so leiden Ich will nicht zwei Sprünge machen und tot sein Weißt du, so like Nicht so Super, dass da eine Klippe war Ich wusste das nicht Ist das So ist das Drei Jahre später sitze ich hier und spiele Im wahrsten Sinne des Wortes Blind Ja Habe ich schon derping herguckt 61 Punkte Jetzt rennen Schlag ihm Gib ihm Tiernamen Soweit ich habe noch fünf Heil-Items, ne? Ich werde so fast von gleich gewone-hitted Ich will ja nicht sagen, ich habe es gecallt, aber ich habe es gecallt Ich bin mitten im Kampf hier auf die Ghost of Tsushima-Steuerung umgestiegen Ich hasse das Mein Kopf ist so Hä? Ihr spielst doch gerade Ghost of Tsushima, oder? Dein Dreieck Irgendwie habe ich irgendwas genommen Bloß nicht den roten Knopf drücken Okay Ja, okay Da ist ein Kelch Warum liegt der Kelch denn auf dem umgeworfenen Tisch? Wo regt? Da muss es beim Faceball mal richtig klatschen, dass man es hört Moment Geklatscht hat das nicht Aber ich glaube, man hat es trotzdem gehört Zeldas Gemach Alter, wo ist die Alde? Das ist ein bisschen unpraktisch, dass ihr Bett zusammengekracht ist Nun Was denn? Wo soll sie denn jetzt schlafen? Ah Ah Was denn? Ich habe nichts gesagt Ihr denkt irgendwelche komischen Sachen gerade Ich habe Zeit Oh, ich bin schon unten Warst du auf die Welt kam? Auf die Welt kam Als der Film auf die Welt kam Warst du noch nicht gedreht Herzlich willkommen im salzigen Sputznapf Willkommen im salzigen Sputznapf Jetzt sage ich es schon wieder Willkommen im salzigen Spucknapf Wie hart bist du? Was sind das für schwarze Fussel? Schwarze Fussel? Wait a sec Warte mal Warte mal Leute Das Level sieht eigentlich so aus Warum hat der da den komischen Filter reingelegt? Was? Fahrstuhlmusik Ich habe sie nicht auf dem Stream Deck leider Schade Ich hätte sie mir drauflegen sollen Die wäre jetzt passend Was ist denn mit Maja los? Sie ist wie versteinert Oh mein Gott Wie soll ich den entsprechen? Oh mein Gott Dieses Funkeln auch in den Augen Funkensprung Ace-Zahn Dein scheiß Ernst Was war das denn? Was war das denn? Manchmal merkst du wohl den einen Schneeball Fuck Nein Wir haben ja noch einen Schneeball Ach Armband Zerstörer meine Hoffnungen und Träume Und das war die falsche Seite Damn Ich meine Am nächsten Tag Am nächsten Tag und so Streamen Das ist ein neuer Tag Ganz genau Warum furchte ich so komisch mit meinen Armen herum Ich weiß es nicht Scharf rechts Was? Okay Okay Jetzt müssen wir nochmal darüber Natürlich 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 Sicher Klar Hm Oh Gott Geh weg da Ja Ist da rüber Nein 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 Danke Geht da lang Ja Jetzt wirf Jetzt falle ich nicht Bitte nicht selber runterfallen Das war fucking close Ja Du willst mich doch verarschen Ich kann es vor allem nicht mehr schubsen Ne Wenn ich es jetzt schubse Dann fliegt es mir davon Neeee Es geht da rein Du willst es doch auch Das ist doch nicht wahr ey Das ist doch einfach nicht wahr Aua Nicht wieder da runter Nicht wieder da runter Ich beschütze dich Da wäre es wieder sinnvoll Das Blitzschwert gleich einzusetzen Ich probiere es mal Runter Nein Nein Wie er mich aus der Luft geholt hat Wie er mich aus der Luft geholt hat Wenn man den Chromakey auf das Spiel drauflegt Das war alles so dunkel Ja Ich bin ein Pro-Gamer Ja Spring mal richtig Gleich Oh scheiße Easy Als rotes Phantom Tschüss Tschüss Well That happened Wie können wir unsere Spieler Möglichst abfacken Nein Wie können wir unsere Trainer Spiele abfacken Ohne sie abzufacken Wir stellen zwei Carpador hin Nein Wir stellen drei Carpador hin Wir stellen vier Wir stellen vier Carpador hin Ja Mensch Tassimo Hättest du es mal früher gesagt Mit netten die Plörre springen Meine Güte Hätte ich das früher gewusst Vor allem Wie geil ist das Mit dem Versuch Rotasimo sagt Marcel Probier doch einfach mal Nicht in die Plörre zu hüpfen Bam Mach ich's So Das soll also helfen Ja 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 Maggi Gebieter Ich habe dir etwas zu berichten Die Wahrscheinlichkeit Dass sich das Triforce In diesem Gebäude befindet Bei 85% Fie Lass uns mal bitte klarstellen Wir haben diesen Wir haben diese Insignia Aus der Prüfung bekommen Wo es hieß Du kriegst da Es zeigt dir den Weg Zum Triforce Wir haben diese Insignia Von der es ja eine zweite gab Und die zweite war in dieser Statue Und dann haben wir unsere Da auch in die Statue Und die Statue war vollständig Dann kam die Statue Hat Auf diesen verdammten Berg Geschossen Es bricht die Hälfte runter Es kommt ein riesen Tempel heraus Und du so Ja die Chance ist 85% Fuck sie ist 100% Wisst ihr was auch zu 100% zutrifft Dass sowohl das Video Das Jahr 2021 Als auch mein viertes Jahr auf Twitch Sich langsam dem Ende zuneigen Und wie immer möchte ich die Stelle des Videos Noch einmal dafür nutzen Um Danke zu sagen Danke an alle Fürs dabei gewesen sein Sei es die aktiven Zuschauer im Chat Oder der stumme Zuschauer Der einfach nur rein lurkt Ihr alle supportet mich auf eure Weise Und ich bin sehr dankbar dafür Dankeschön Und ganz besonderen Dank auch nochmal An meine lieben Mods Hasimo, Yuki und Worik Dank eurer offenen Augen Kann ich mich eigentlich immer Auf das Spiel einlassen Und muss mir keine Sorgen um den Chat machen Ihr habt das super im Griff Und ich bin sehr sehr dankbar dafür Danke euch drei So Jetzt aber langsam Mal das Video hier beenden Wird ja schon wieder viel zu lange Wer hört sich das denn alles an Danke fürs dabei gewesen sein Kommt gut ins neue Jahr Viel Erfolg bei allen Dingen Die ihr euch vornehmt Und Mehr bleibt mir nicht zu sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein Bye bye